Martina, du bist eine der Gönnerinnen für die Zebra-Kit-Aktion und hast jede Menge Sachen zur Verfügung gestellt, die versteigert werden können, um diese Aktion zu unterstützen. Was weißt du über diese Aktion? Inwiefern stehst du damit in Verbindung und was hat dich dazu bewogen? Also dazu bewogen hat mich, dass ich davon gelesen und gehört habe und dann eine E-Mail bekommen habe, ob ich nicht auch Lust hätte, da mitzumachen. Und weil ich natürlich von klein auf die Affinität zum MSV habe, ich bin als kleines Mädchen ja zum Trainingsplatz gelaufen, habe die Bälle zurückgeschossen, ich bin ins Stadion gegangen und es ist nun mal so, dass ich Duisburgerin bin. Und ich fände es toll, dass es eine Organisation gibt, die sich die Fahne geschrieben hat, Kinder, die es sich sonst nicht leisten könnten, ins Stadion zu holen. Und wenn ich da in irgendeiner Form eine Unterstützung geben kann, mache ich das total gerne und ich hoffe, dass das, was ich gespendet habe, dass das auch wirklich gut weggeht, für viel Geld weggeht und dass vielleicht einer sogar sagt, ich mache noch ein bisschen mehr, damit möglichst viele Zebra-Kids dann auch den MSV unterstützen können und einfach in den Genuss kommen, ins Stadion gehen zu dürfen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bitte.